Ritchie-Tensor-Groß R-Mü-Nü-Minus Das Produkt aus dem metrischen Tensor-G-Mü-Nü mal dem Krümmungsscalar-Groß R. R-Mü-Nü-Minus Das Produkt aus dem metrischen Tensor-G mal dem Krümmungsscalar-Groß R. Skalar-Groß R Skalar-Groß R all dem Krümmungsscalar-Groß all dem Krümmungsscalar-Groß all dem Krümmungsscalar-Groß ist gleich der konstanten Kappa multipliziert mit dem multipliziert mit dem Energie multipliziert mit dem R-Mü-Nü-Minus 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 R-Mü-Nü-Minus-Groß R R-Mü-Nü-Minus-Groß R r-Mü-Im-Minus-Groß R-Mü-Nu-Groß R-Mü-Minus-Groß R-Mü-Nu-Groß t-Mü-Nü-Nü-Groß R-Mü-Di-Minus-Groß-Groß G-Im-Nu-Groß g-Mä- вопрос Ambulen. im Pikachu-Groß R-M Kappa im Techno-Groß R-Mis-Groß G-Minus-Groß G-Lacti-Groß G-Lacti-J-Groß G-Lacti-Groß G-G-Lacti-Deni-Groß G-Lacti-Groß G-Lacti-Di-Groß G-Lacti- Der Gravitationskonstante Groß G dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit zur vierten Potenz. Ritchie Tensor Groß R.